Die Ausbildung bei Kärberg ist sehr abwechslungsreich und ich lerne viele Technologien und moderne Fertigungsverfahren kennen, was mir Spaß macht. Bei Fragen und Problemen stehen mir Facharbeiter und Ausbilder stets zur Seite. Ich finde es super, dass wir im Unternehmen die Tablets benutzen dürfen, um digital zu lernen. Ich habe bei Kärberg mein Schülerbetriebspraktikum sowie mehrere Ferienjobs ausgeführt und fand die Arbeit immer sehr interessant. Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich, weil wir in vielen verschiedenen Abteilungen sind. Ich bin stolz bei Kärberg zu sein, da es eines der führenden Unternehmen im Bereich Plasmaschneiden ist. Wir sind sehr stolz auf die langjährige Tradition in der Ausbildung bei Kärberg. Die Fachkräftesicherung ist eine der wichtigsten Investitionen in der Zukunft unserer Unternehmen. Wir bilden unsere Mitarbeiter von morgen aus. Deswegen gestalten wir die Ausbildung bei Kärberg zukunftsorientiert und optimieren stets ihre Qualität. Vor über 20 Jahren habe ich meine Ausbildung hier bei Kärberg begonnen. Mitarbeiter darf ich als Ausbilder mit neuesten Techniken und Betonen die Azubis vom ersten Forschungsgespräch bis zur bestandenen Abschlussprüfung begleiten. E-Learning mit den Tablets, leistungsorientierte Prämien und Fahrkostenzuschüsse. Vieles hat sich in letzter Zeit für die Ausbildung bei Kärberg getan. Die Ausbildung junger Menschen ist für uns eine Herzensangelegenheit. Dafür setzen wir uns ein. Als Team. Jeden Tag. Auf Wiedersehen. Auf schreien. Im Nachrichten. r